Der 24. September ist der 267. Tat des gregorianischen Kalenders. Zum Jahresende verbleiben 98 Tage. Ereignisse, Politik und Weltgeschehen 0787, das von der byzantinischen Kaiserin Irene von Athen einberufene Zweite Konzil von Nikia beginnt. 1688 kaiserliche Truppen nehmen im Großen Türkenkrieg die Balkanstadt Nis ein, die vom Osmanischen Reich gehalten wurde. 1706 während des Großen Nordischen Krieges wird der Althandstädter Friede zwischen Sachsen unter August dem Starken und Schweden unter Karl XII. Unterzeichnet August verzichtet auf die Krone Polens. 1841 der Sultan von Brunei Oma Ali Saifuddin II. Er nennt den Briten James Brook zum Raja und überträgt ihm die Verwaltung von Sarawak auf der Insel Borneo. Brug hat zuvor einen Aufstand der Indigenen Bidayo durch Demonstration der Feuerkraft seines Schiffes unblutig beendet. 1853 Frankreich nimmt die pazifische Inselgruppe Neukaledonien in Besitz. 1857 das Stuttgarter Zweikaisertreffen beginnt. 1860 aufständische Truppen unter Gabriel Garcia Moreno und Juan Josef Lores nehmen die äquadorianische Provinzhauptstadt Gayaquil ein. Mit der Flucht von Präsident Guillermo Franco nach Peru endet die nationale Krise. Moreno errichtet in der Folge ein autoritär-klerikales Regime. 1877 mit der Niederlage in der Schlacht von Shiroyama gegenüber herangeführten Regierungs-Truppen endet die Satsuma-Rebellion der Samurai in Japan. 1914 im Ersten Weltkrieg beginnt die Belagerung von Prämisse durch die zaristische Armee. Die von Österreich-Ungarn gehaltene Festung kapituliert nach fast sechs Monaten vor den Angreifern. 1929 die sowjetische Regierung verfügt per Dekret die Einführung der Fünf-Tage-Woche ab dem 1. Oktober. Im revolutionären Kalendersystem folgt auf vier Arbeitstage ein Ruhetag. Samstag und Sonntag werden abgeschafft. Mit dieser Maßnahme soll vor allem die Produktivität gesteigert werden. 1964 Willi Stoff wird für den verstorbenen Otto Grote wohl Vorsitzender des Ministerrats und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrats in der DDR. 1969 in Chicago beginnt der Prozess gegen die Chicago-Aid, die gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben. 1973 Guinea-Bissau erklärt seine Unabhängigkeit von Portugal. Provisorische Hauptstadt wird Madina Dobe. 1977 bei einer Großdemonstration gegen das Kernkraftwerk Kalka in Nordrhein-Westfalen gehen rund 40.000 Menschen auf die Straße. Das Polizeiaufgebot hierzu gilt als das größte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 1978 in einer Volksabstimmung im Schweizer Kanton Bern entscheiden sich über 80 Prozent für die Schaffung eines neuen Kantons Jura. 1990 die Nationale Volksarmee der DDR wird aus dem Warschauer Pakt im Hinblick auf die deutsche Vereinigung herausgelöst. Rainer Eppelmann als Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR und der Oberkommandierende im Warschauer Pakt. Der sowjetische Armeegeneral PJOTRG. Luschev unterschreiben in Ostberlin ein Protokoll zum Verlassen der militärischen Organisation des Bündnisses. 1993 Kambodscha verkündet eine neue Verfassung als Königreich. Erster König wird Prinz Norodom Serhanuk. 1995 in Tabba auf der Sinai-Halbinsel erfolgt die Unterzeichnung des Interimsabkommens über das Westjordanland und den Gazastreifen zwischen Israel. Und der PLU 2002 in Bahrain wird ein Gesetz zur Gründung von freien Gewerkschaften erlassen. 2002 Angela Merkel wird Fraktionsvorsitzende der CDU, CSU. 2005 die Polizei in Pittsburgh setzt zum Zerstreuen von Demonstranten gegen den stattfindenden G20-Gipfel erstmals in den Vereinigten Staaten die Schallwaffe LRAD gegen Zivilisten ein. Wirtschaft 1724 die Pariser Börse wird gegründet. 1822 in Rotterdam wird die Reederei van Vollenhoven, Ueti und M. Co. gegründet. Mit ihr beginnt der regelmäßige Verkehr von Dampfschiffen in der Geschichte der Personenschifffahrt auf dem Rhein. 1828 in Kassel wird der Mitteldeutsche Handelsverein gegründet. 1869, der erste schwarze Freitag an der Wall Street ist ein durch Gold-Spekulationen hervorgerufener Börsenkrach. Versuche der Spekulanten James Fiske und Jay Goode, den Goldpreis unter ihre Kontrolle zu bringen. Führend zum Zusammenbruch des Handels an der New York Stock Exchange, zwei Piloten gründen in Hongkong die Fluggesellschaft Cathay Pacific. 1948, das Unternehmen Honda wird gegründet. 2003, das litauische Kabinett beschließt den Verkauf der Anteile an der russischen Gazprom. 2003, das Europäische Parlament empfiehlt durch großen öffentlichen Druck eine Abhunderung der bisherigen Richtlinie zur Einführung von Software-Patenten in der EU. Wissenschaft und Technik 1789 Der deutsche Chemiker Martin Heinrich Klapp-Roth gibt vor der königlich-preußischen Akademie der Wissenschaften die Entdeckung des Elements Uran bekannt. 1831, mit der Lokomotive David Clinton, die als erste in den USA einen fahrplanmäßigen Personenverkehr bedient, wird im Staat New York das amerikanische Eisenbahnzeitalter endgültig eingeläutet. 1852, das erste Luftschiff, gebaut von Henry Gefahrt, fährt mit Dampfkraft von Paris nach Trappes. 1955, mit der Eröffnung der Mosersperre und der Drosensperre wird der Bau des Kraftwerks Capron abgeschlossen. 1960, die USS Enterprise, der erste atomgetriebene Flugzeugträger, wird vom Stapel gelassen. 1968, an der Universitäts-Aporo wird die erste endoskopische Kamera präsentiert, die über Glasfaser-Bündelbilder aus dem Schlag in den Herzen übertragen kann. 2009, der vom Sondengänger Terry Herbert in Staffordshire in der Nähe von Lichfield entdeckte Hortfund wird von den britischen Behörden zum Schatz. Erklärt, der Schatz von Staffordshire ist der bisher größte ans Tageslicht gekommene Fund aus angelsächsischer Zeit. 2011 Uhr, er ist trat in die Erdatmosphäre ein. Kultur 1712, der Bildhauer François Dumont wird mit seiner Aufnahmearbeit Titan Futroy, der vom Blitz zerschmetterte Titan in den Kreis der Academy Royale aufgenommen. 1728, die Uraufführung der Oper The Quackers Opera von Henry Carey findet in London statt. 1838, die Uraufführung der Operette Die Verjüngerungsessenz von Konrad den Kreuzer findet am Theater am Kern Natur in Wien statt. 1858, die Uraufführung der Oper Fliss von Stanislav Moniosko findet in Warschau statt. 1903, das von William Randolph Hearst gestiftete und im Stil eines griechischen Amphitheaters erbaute William Randolph Hearst Greek Theater an der University of California, Berkeley, wird mit einer studentischen Aufführung von Aristophanes Die Vögel offiziell eröffnet. 1906, die expressionistische Künstlergruppe Brücke veranstaltet ihre erste Ausstellung in Dresden. Sie findet beim heimischen Publikum wenig Anklang. 1937, Ödeln von Horvaths Lustspiel Ein Dorf ohne Männer wird in Prag-Uhr aufgeführt. 1940, in Berlin kommt in 66 Kinos der antisemitische Propagandaspielfilm Jut Süß des Regisseurs Veith Heiland zur Erstaufführung. 1944, die Uraufführung der Dachau-Messe von Pater Gregor Schwacke findet im Priesterblock des KZ Dachau statt. 1957, die Uraufführung des Tanzdramas Marathona von Hans-Werner Henze findet in Berlin statt. 1959, Günter Grass veröffentlicht seinen Roman Die Blechtrommel. 1961, die deutsche Oper Berlin wird mit einer Aufführung von Mozart's Don Giovanni unter Leitung von Verenig Frigsehe eröffnet. 1983, im Theater an der Wien in Wien findet unter der Leitung von Peter Weg die deutschsprachige Erstaufführung des Musicals Ketz von Andrew Lloyd. Weber Stadt, 1991, das Album Nevermind von Nirvana erscheint in den USA und wird ein Meilenstein der Musikgeschichte. Gesellschaft 1957, vom US-Präsidenten Quaite Eisenhower entsandte Soldaten der 101. US-Luftlandedivision ermöglichen drei Jahre nach offizieller Aufhebung der Rassentrennung in amerikanischen Schulen. 9 afroamerikanischen Schülern, den Little Rock 9 im Bundesstaat Arkansas den Besuch der Central High School in Little Rock. 2003, im deutschen Kopftuchstreit ergeht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Beschwerdeführerin vererstellte Ludin recht gibt. Ihr seid der Zugang zu einem öffentlichen Amt in verfassungsrechtlich nicht tragfähiger Weise verwehrt worden. Religion 0622, der Prophet Mohammed kommt in Medina an und schließt damit seine Heidschra ab. 0787, das zweite Konzil von Nikea tritt zusammen und berät über den herrschenden Bilderstreit. 1889, in Utrecht schließen sich die altkatholischen Kirchen der Niederlande und Deutschlands sowie die christkatholische Kirche der Schweiz zur Utrechter Union der altkatholischen Kirchen zusammen. Die altkatholische Kirche in Österreich folgt bald darauf. 1890 Präsident Wilford Woodruff gibt in seiner amtlichen Erklärung Nummer 1 bekannt, dass die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage keine mehrfach Ehe mehr praktizieren dürfen. 1912, der von den deutschen Bischöfen im Gewerkschaftsstreit angerufene Papst Pius X., plädiert in der Enzyklika Singulari Quadam dafür, die Mitgliedschaft katholischer Arbeiter in interkonfessionellen Gewerkschaften zu dulden. Katastrophen 1778, beim zweiten höchster Stadtbrand wird die Altstadt der Stadt höchst am Main neuerlich schwer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 26.712 Gulden nach damaliger Währung. 1856, der amerikanische Raddampfer Niagara sinkt auf dem mischigen See wenige Meilen vor Port Washington nach einem Brand. 60 bis 70 Passagiere sterben bei dem Unglück. 2005, Hurricane Rita trifft an der Grenze zwischen Texas und Louisiana mit einer 6 Meter hohen Flutwelle auf Land und verursacht Schäden in Milliardenhöhe. Über 100 Menschen kommen ums Leben. Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe aufgeführt. Natur und Umwelt 1906, der Nationalpark Devils Tower Nationalmonument wird als erstes Nationalmonument der USA gegründet. 1980, der Nationalpark Jau wird in Brasilien gegründet. Der größte Nationalpark des Landes liegt nordwestlich von Manaus im Amazonasbecken. Sport 1949, das Bundesdeutsche Nationale Olympische Komitee wird gegründet. 1957, in Barcelona wird das Fußballstadion Camp Nou des FC Barcelona eröffnet. 1988, der gedopte Kanadier Ben Johnson gewinnt die Goldmedaille im 100-Meter-Sprint bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul und löst einen Skandal. Aus 1994, Oliver M. C. Cole gewinnt seinen Boxkampf- und Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Lennox Lees in der Wembley Arena durch technischen K.O. Einträge von Leichtathletik-Weltrekorden befinden sich unter der jeweiligen Disziplin unter Leichtathletik. Geboren vor dem 19. Jahrhundert 0015, Lucius Vitellius, römischer Politiker 1473, Georg von Frunsberg, deutscher Landsknechtführer 1501, Gerolamo Cardano, italienischer Arzt, Mathematiker und Erfinder 1564, William Adams, englischer Weltreisender 1583, Albrecht Wenzel von Wallenstein, deutscher kaiserlicher Feldherr 1599, Adam Olearius, deutscher Diplomat und Schriftsteller 1620, Gerhard Bode, deutscher evangelischer Theologe 1625, Johann David, niederländischer Staatsmann 1665, Gottfried Walkeroth, deutscher Pädagoge 1673, Georg Sigismund Green, der ältere, deutscher, lutherischer Theologe 1705, Leopold Josef Graf Daun, Fürst von Tiano, österreichischer Feldmarschall und Feldherr im Siebenjährigen Krieg 1717, Oras Weipole, britischer Schriftsteller 1719, Johann Gottlob Werner, deutscher evangelischer Theologe 1725, Arthur Guinness, irischer Gründer der Guinness Brauerei 1731, Johann Karl Götzinger, deutscher lutherischer Theologe 1739, Grigori Alexandrovich Potjomkin, russischer Feldmarschall 1755, John Marcell, US-amerikanischer Jurist und Politiker, Außenminister, Vorsitzender Richter am obersten Gerichtshof Mitbegründer des Verfassungsrechts, Esra Butler, US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Vermont, Mitglied des Repräsentantenhauses 1772, Guillaume de Waoudoncourt, französischer General und Kriegshistoriker 1793, David Nelson, US-amerikanischer Autor, geistlicher und Abolitionist 1795, Antoine Louis-Barrei, französischer Bildhauer 19. Jahrhundert 1801, Michael Ostroratsky, russisch-ukrainischer Mathematiker 1802, Etienne-Julis Adolfi des Mir de Saint-Simon, wie Comte d'Achirc, französischer Geologe und Paläontologe 1803, Leonhard Spengel, deutscher Altphilologe 1831, Emil Jutesa, italienischer Romanist, Indogermanist, Orientalist, Philologe, Linguist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer 1836, Pablo Arosmena Alba, fünfter Staatspräsident von Panama 1837, Mark Hanna, US-amerikanischer Industrieller und Politiker, Senator für Ohio 1843, Martin von Natusius, deutscher Reformtheologe 1845, Nikolai Karl Ladolf-Endersen, deutsch-baltischer Philologe 1848, Emil Behrens, deutscher Altphilologe 1851, Federico Beuth, vierter Staatspräsident Pan Amons 1852, Josef Martin, kanadischer Politiker 1854, Philipp Paulitsch, kilbösterreichischer Geograf und Afrika-Forscher 1856, Ludwig Warinski, polnischer Revolutionär 1858, Karl Pulverich, deutscher Physiker und Optiker 1859, Julius Klengel, deutscher Violoncellist 1860, Kamila Jelinek, österreichisch-deutsche Frauenrechtlerin und Juristin 1861, Walter Simons, deutscher Jurist und Politiker, Außenminister, Präsident des Reichsgerichts 1864, Nils Kollett Vogt, norwegischer Schriftsteller 1870, Alfred Wilhelm Anschütz, deutscher Chirurg und Hochschullehrer 1871, Charlotte Dodd, britische Tennisspielerin 1871, Josef Zeidler, deutscher Bildhauer 1873, Willebald Adam, deutscher Abt 1874, Kurt Derry, deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer 1878, Charles Ferdinand Ramutz, Schweizer Schriftsteller, Lyriker, Essayist und Nationaldichter 1882, Alfons Petzold, österreichischer Schriftsteller 1883, Frank C. Maas, US-amerikanischer Unternehmer der Süßwarenindustrie 1884, Ismet Inuniu, türkischer Staatspräsident 1884, Hugo Schmeißer, deutscher Waffenkonstrukteur 1886, Edward Bach, britischer Arzt 1886, Roberto Maria Ottis, argentinischer Präsident 1887, Wilhelm Niklas, deutscher Politiker, MDB 1888, Georges Dalleus, französischer Ingenieur 1888, Konkentoyama, japanischer Karatemeister und Adeliger 1889, Paul Kugler, deutscher Fußballspieler 1891, William Friedman, US-amerikanischer Kryptologe 1894, Thomas Dixon Ormer, schottisch-US-amerikanischer Golfer 1895, André Fred, Eric Cournant, französisch-US-amerikanischer Mediziner, Nobelpreisträger 1896, Maxi Ackers, deutsche Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Schauspielerin 1896, F. Scott Fitzgerald, US-amerikanischer Schriftsteller 1896, Camilo Mori, chilenischer Maler 1896, Elsa Triolet, russisch-französische Autorin 1898, Robert Blu, US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Iowa 1898, Ilse Essas, deutsche Ingenieurin 1898, Howard Walter Florey, australischer Pathologe, Nobelpreisträger, Mieten-Decker des Penicillins 1899, Jovan Bantour, kroatischer Komponist 1899, Eduardo Hernandez Moncada, mexikanischer Komponist, Pianist und Dirigent 1901, 1950, 1901, Alexandra Adler, Neurologin, Psychiaterin und Spezialistin für Gehirntraumata 1901, Georg Appell, deutscher Politiker 1902, Gerald Crawford, US-amerikanische Theaterregisseurin und Produzentin 1902, Hans Peterson, deutscher Mathematiker 1903, Georg Buch, deutscher Politiker, MDL, Landtagspräsident, Oberbürgermeister Wiesbadens 1905, Severo Ochoa, US-amerikanischer Biochemiker, Nobelpreisträger 1906, Michael Jerry, deutscher Komponist 1907, Karl Bier wird deutscher Gewichtheber 1908, Egon Reinhard, deutscher Politiker, Ministerpräsident von Saarland 1910, Gene Savé, belgischer Schauspieler 1911, Konstantin Tschernenko, sowjetischer Politiker 1912, Fritz Hinderer, deutscher Astronom und Astrophysiker 1914, Jerzy Kohler, tschechischer Schriftsteller und Collagekünstler 1914, Lemur, US-amerikanischer Countrymusiker 1914, Andrzej Panównik, polnischer Komponist 1914, Horst Winter, deutsch-österreichischer Musiker 1917, Otto Günsche, SS-Hauptsturmführer und persönlicher Adjutant Adolf Hitlers 1920, Georges Ador, Schweizer Architekt 1922, Mechel Baba, mexikanische Schauspielerin und Tänzerin 1922, Jack Costanzo, US-amerikanischer Percussionist 1923, Ladislaw Fuchs, tschechischer Schriftsteller 1924, Jean-Pierre Warner, britischer Jurist und Generalanwalt am EUGH 1926, Veit Relin, österreichischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur 1926, Ricardo Maria Carles, Gordo, spanischer Kardinal und Erzbischof 1928, Jürgen Isbeck, deutscher Handballspieler 1930, Karl Hüser, deutscher Historiker, Lehrer und Autor 1930, John Watzian, US-amerikanischer Astronaut 1930, Ingrid Bacher, deutscher Schriftstellerin 1931, John McEl, Geoffrey Manningham, Tom Adams, barbadischer Politiker 1931, Gilberto Azefis Navarro, mexikanischer Maler 1931, Anthony Newley, britischer Schauspieler, Popsänger und Songwriter 1931, Josef Kalas, libanesischer Erzbischof 1931, Heidi Streletz, deutsche Zahnätztin, Malerin und Politikerin, MD Elle 1932, Josef Adamiak, deutscher Fotograf und Kunsthistoriker 1932, Miguel Angel Montori, italienisch-argentinischer Fußballspieler 1932, Walter Wallmann, deutscher Bundesumweltminister 1934, Edgar Dojavier Angara, philippinischer Politiker 1934, John Brunner, britischer Science-Fiction-Autor 1934, Manfred Wörner, deutscher Bundesverteidigungsminister und NATO-Generalsekretär 1935, Charlotte Dietrich, deutsche Künstlerin 1935, Dieter Pavlik, deutscher Politiker, MD Elle 1936, Jim Henson, US-amerikanischer Puppenspieler 1937, Helga Hoffmann, deutsche Leichtathletin 1938, Steve Douglas, US-amerikanischer Rocksaxophonist 1939, Dieter Schwarz, deutscher Unternehmer 1940, Amelita Balta, argentinische Tango- und Fuchsängerin 1940, Yves Navarre, französischer Schriftsteller 1941, Alexander Lang, deutscher Regisseur und Schauspieler 1941, John Mackey, US-amerikanischer American-Footballspieler 1941, Linda McCartney, US-amerikanische Musikerin 1941, Tony Rutter, englischer Motorradrennfahrer 1941, Michael Wadley, US-amerikanischer Kameramann und Regisseur 1942, Gerhard Rübenkönig, deutscher Politiker 1942, Hans-Günter Schmidt, rumänisch-deutscher Handballspieler 1942, Erik Silvester, deutscher Sänger und Komponist 1943, Hannelore Suppe, deutsche Leichtathletin 1943, Antonio Tabuki, italienischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer 1944, Diana Körner, deutsche Schauspielerin 1945, Catherine Burns, US-amerikanische Schauspielerin 1945, Jane-Erik Tageschaffer, schwedischer Komponist und Gitarrist 1946, David Anspau, US-amerikanischer Regisseur 1946, Natalia Utulvna, Arine Basarova, russische Schauspielerin und Ballerina 1946, Joe Green, US-amerikanischer U-American Football-Spieler 1946, Mark Neikrug, US-amerikanischer Komponist und Pianist 1946, Cesar Pedroso, kubanischer Pianist 1946, Uschi Obermeier, deutsche Schauspielerin und Model 1947, Peter Götz, deutscher Politiker 1948, Heinz Kuhr, deutscher Komponist 1948, Gordon Klepp, US-amerikanischer Schauspieler 1948, Phil Hartmann, kanadischer Schauspieler 1948, Margot Mahler, deutsche Schauspielerin, Sängerin und Autorin 1949, Petro Almodovar, spanischer Filmregisseur 1949, Anders A. Borelius, schwedischer römisch-katholischer Bischof von Stockholm 1950, Samuel Josef Aquila, US-amerikanischer Erzbischof 1950, Philippe Dermagne, französischer Autorennfahrer 1950, Christina Weyborn, schwedische Filmschauspielerin und Miss Schweden 1970 1951-2000-1951 A. W. A. Weiler, deutscher Kameramann 1951, Heinz Hönig, deutscher Filmschauspieler 1951, Matthias Sanemüller, deutscher Bratschist 1952, Annegret Kröniger, deutsche Leichtathletin, Olympiamedaillengewinnerin 1953, Carlo Hommel, Luxemburger Organist 1954, D'Aveillatur, irischer Vogtmusiker, Sänger und Songschreiber 1954, Marco Tardelli, italienischer Fußballspieler und Trainer 1956, Ilona Slapiernik, deutsche Leichtathletin, Olympiasiegerin 1957, Wolfgang Wolf, deutscher Fußballtrainer und Spieler 1958, Konrad Adams, deutscher Schauspieler 1958, Benedikte Hansen, dänische Schauspielerin 1958, Kevin Zorbo, US-amerikanischer Schauspieler 1959, Uwe Böden, deutscher Kampfsportler 1959, Kara Silverman, US-amerikanische Filmeditoren 1960, Manfred Eichinger, österreichischer Choreograf und Tanzpädagoge 1960, Kirsten Tackmann, deutsche Politikerin, MdB 1961, Pierre Cossos, französischer Schauspieler und Sänger 1961, Michael Tavera, US-amerikanischer Komponist 1963, Maike Alt, deutsche Volleyballspielerin 1964, Ralf Hussmann, deutscher Drehbuchautor, Produzent und Autor 1965, Sven Eggers, deutscher Journalist, Autor und Politiker 1969, Hussein Gulum Abbas, Fußballspieler der Vereinigten Arabischen Emirate 1969, Miyoko Asahina, japanische Langstreckenläuferin 1969, Sean Krahan, US-amerikanischer Musiker 1969, Amparo Sanchez, spanische Sängerin 1969, Goya Toledo, spanische Schauspielerin 1969, Megan Watt, US-amerikanische Schauspielerin 1970, Karen Forkel, deutsche Leichtathletin, Olympiamedaillengewinnerin 1970, Mark Guggenheim, US-amerikanischer Drehbuchautor 1971, Claudia Klein, deutsche Fußballspielerin 1971, Peter Salesbury, britischer Musiker 1972, Finti Williams, britische Schauspielerin 1973, Amy Skuria, US-amerikanische Komponistin 1974, Nenad Lucic, deutscher Schauspieler 1974, Cathy Wolf, ungarische Sängerin und Model 1976, Mikkel Atexke-Zurager, spanischer Radrennfahrer 1976, Klaus Moller-Jakobsen, dänischer Handballspieler 1977, Frank Fahrenhorst, deutscher Fußballspieler 1979, Adrian Aliai, albanischer Fußballspieler 1979, Aaron Chambers, US-amerikanische Schauspielerin 1979, Katja Kassin, deutsche Pornodarstellerin 1980, Sebastian Achilles, deutscher Schauspieler 1980, Sebastian Pelzer, deutscher Fußballspieler 1980, John Arne Ries, norwegischer Fußballspieler 1981, Tatjana Antypenko, ukrainisches Gelangläuferin 1981, Ryan Brisco, australischer Rennfahrer 1982, Christian Daniel Letzmi, argentinischer Fußballspieler 1984, Andreas Aigner, österreichischer Reliefahrer 1984, Taylor Eichstie, US-amerikanischer Jazz-Pianist 1984, Tanit Phoenix, südafrikanisches Model und Schauspielerin 1985, Saidad Adegok, nigerianische Fußballspielerin 1985, Erika Jetai Anang, ganascher Bildhauer 1985, Jessica Lukas, kanadische Schauspielerin 1985, Jonathan Soriano, spanischer Fußballspieler 1987, Zenzo Maiwa, südafrikanischer Fußballspieler 1989, Kevin Horlacher, deutscher Skispringer 1989, Eldar Kaschemov, aserbaidschanischer Sänger 1991, Lorenzo Ebecilio, niederländischer Fußballspieler 1993, Ahmed Sassi, tunesischer Fußballspieler 1993, Kevin Shekorn, italienischer Rennfahrer 1990, Erwin spielerinischer Rennfahrer